Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat Stil Hast du Angst vor mir? Ist es meine Narbe? Das ist dein Auto Und für diesen Schlitten Ist der auch sicher? Der ist mehr als sicher. Der ist todsicher Würde manch einer sterben Also Pam, wo soll's hingehen? Links oder rechts? Nach rechts? Ist ja schade Warum? Das war eine 50 zu 50 Chance, ob du nach links oder rechts willst Da du aber in die andere Richtung willst Fürchte ich, dass du es so langsam mit der Angst zu tun kriegen solltest Und zwar jetzt Dank Quentin Tarantino, dem Wachstum von Reservoir Dogs Pulp Fiction und Kill Bill Kommt jetzt Death Proof Dieser Wagen ist hundertprozentig todsicher Aber um davon zu profitieren, Schätzchen Müsstest du schon auf meinem Platz sitzen? Wenn du ihm gefällst Entscheidet er Und jetzt will ich mir noch meine anderen Freundinnen Wie du stirbst Spass auf! Seine Methode ist brutal Seine Waffe Geschwindigkeit Aber diesmal Schlagen seine Opfer zurück Legen wir den Wichser um Du weißt, wie sehr ich an dir hänge Los, los! Komm schon! Ha, Ladies! Das hat euch Spaß gemacht! Quentin Tarantinos Death Proof Todsicher